Hallo meine Freunde der Märchenwelt. Heute lese ich euch ein jüdisches Märchen vor. Aufgeschrieben hat es für uns Pinkas Sadeh und das Märchen heißt Sturz der Engel. Es begab sich zu uralten Zeiten, dass zwei Engel vor Gott standen. Und diese Engel waren groß und mächtig im Himmelreich. Der eine war Herrscher über das Wasser, der andere Herrscher über den Wind. Eines Tages sagten sie zu Gott, O Herr, unser Gott, bei Tag und bei Nacht leisten wir dir treue Dienste. Und du bist mit uns im Leichten und im Schlimmen streng. Aber die Menschen sind schlecht und sündig. Und dennoch hast du Mitleid mit ihnen. Wir sind der Meinung, man sollte sie vernichten und einen neuen Menschen schaffen. Und der Schöpfer sprach Ihr habt leicht reden Euch habe ich aus dem besten Urstoff erschaffen Aus dem Feuer Während ich den Menschen aus minderwertigem Stoff schuf Aus Erde und Staub Und darum Ist der Mensch schwach und leichtsinnig Wenn ihr ebenso beschaffen wäret wie der Mensch Würdet euch auch so verhalten wie er Da sagten die Engel Auch wenn wir so wären wie der Mensch Verhielten wir uns nicht wie er Da sprach Gott Ich schicke euch hinunter zur Erde Damit ihr hundert Jahre lang unter den Menschen lebt Wenn ihr diese Prüfung besteht Werde ich eurem Wunsch nachgeben Und die Menschheit vernichten Aber wenn ihr so werdet wie sie Hänge ich euch auf zwischen Himmel und Erde Auf dem Berg der Finsternis Und der Schöpfer tat Was er ihnen verkündet hatte Und schickte sie auf die Erde hinunter Und mit der Zeit Vergasen die Engel ihre Vorsätze Und gaben sich weltlichen Vergnügungen hin Dem Geld Dem Wein Und dem Zauber schöner Frauen Und da sie stärker waren als die Menschen Übertrafen sie die Menschen In allem Bösen Das sie taten Und sie zeugten Nachkommen Ein Geschlecht Das an Schlechtigkeit Den Menschen noch übertraf Gott sah es Und verdammte die Engel zum Tode Und ihre Kadaver Hängte er zwischen Himmel und Erde auf Auf den Berg der Finsternis Und zu jenem Berg Kommen seither die Hexen Und Zauberinnen Um sich zu inspirieren Und um ihr Handwerk zu erlernen Und auch die Nachkommen der beiden Engel Vernichtete der Schöpfer Damit sie die Erde nicht verunreinigten Und völlig zerstörten Aus diesem Grund Ließ er die Sintflut Über die Welt hineinbrechen Doch benötigte der Schöpfer Zwei neue Engel Ansteller derer Die er verloren hatte Darum Ließ er den Propheten Elia Und den Propheten Nahum Und setzte sie an die Stelle Der verlorenen Engel ein Und den Propheten